Die Aktie von Snap erlebt heute ihr persönliches Waterloo. In der Spitze geht es nachbösslich für den Bössen-Neuling um bis zu 25% bergab. Und über die Hintergründe wollen wir heute sprechen mit Roland Hüschmüller von der Bader Bank. Roland, was ist da bitte schön passiert? 25% minus aktuell? Ja, das ist eine ganze Menge. Du hast gesagt, du hast den Market Cap ausgedrückt. 27 Milliarden waren wir um 22 Uhr vor Präsentation der Zahlen. 25% runter, da fehlen circa 7 Milliarden. Die Gründer Yves Spiegel werden um eine Milliarde ärmer, mehr oder weniger. Das sind natürlich schon Zahlen. Ja, aber was ist passiert letztendlich? Es ist ja das erste Quartalsergebnis, das Snap präsentiert, nachdem sie das IPO im März gemacht haben. Und man war doch ziemlich überrascht über die Zahlen, die man hier gesehen hat. 2,2 Milliarden als absoluter Verlust. Sehr, sehr viel. Aber nicht mal das hat so die Analysten geschockt, weil 2 Milliarden davon waren für Sondereffekte, sprich Aktienoptionen, die im Zuge dieses Börsenganges mit ausgegeben wurden. Sprich, ungefähr 200 Millionen war der operative Verlust. Das Ganze im Gegensatz zu 150 Millionen Umsatz. Das sind natürlich schon Größen und Zahlen, das sieht man in dieser Aktie, ist nichts weiter als Fantasie. Und diese Fantasie bezieht sich natürlich auf das Nutzerwachstum, auf den Nutzerzuwachs. Und genau das ist der Punkt. Und da hat Snap wirklich enttäuscht. Wir haben gerade mal in dem letzten Quartal 8 Millionen neue User gesehen. Insgesamt ist die Snap-Gemeinde jetzt ca. 166 Millionen User groß. Und das ist in diesem gesamten Universum natürlich nicht sehr, sehr viel. Man muss die Konkurrenz ansehen. Und die Konkurrenz heißt bei Snap natürlich irgendwo Twitter. Und selbst bei Twitter ging es ja im letzten Quartal etwas besser. Und natürlich die große, große Konkurrenz ist Facebook mit seiner Tochter Instagram. Instagram selbst hat gesagt, im letzten halben Jahr mehr als 100 Millionen neue User. Und das mit einem Programm, das man sozusagen von Snap geklont hat. Und da sieht man ganz, ganz klar, Snap wird irgendwo in eine Ecke gedrängt. Du hast jetzt Facebook und die Nutzerzahlen bereits angesprochen. Natürlich lebt man in diesem Bereich vor allem eben von einer gewissen Wachstumsdynamik. Muss man im Fall von Snap und Facebook vielleicht konstatieren, dass Facebook, wenn man denn will, Snap einfach platt macht? Es sieht so aus, Facebook, das erklärt sie, die bekannten Applikationen letztendlich, sie werden hier kopiert, sie werden relativ schnell kopiert. Und wir kennen das aus dem Bereich der Suchmaschinen, auch in diesem Bereich, Multimedia-Bereich, Internet-Bereich. Hier zählt schlichtweg nur Größe, Nutzerwachstum, Klicks. Und hier ist ganz, ganz klar, Facebook an vorderster Front. Und mit, das ist eines der bekanntesten Assets von Facebook, ist eben Instagram. Das ist natürlich vor allem die Zielgruppe der jungen User bis zu 25 Jahre. Das vor allem von diesen jungen Usern genutzt wird. Wenn man sich den Zuwachs bei Instagram anschaut und den Zuwachs bei Snap, da muss man ganz klar sagen, Instagram hat hier natürlich eindeutig die Nase vorne, weil man natürlich im Universum von Facebook unterwegs ist. Und was das ganz, ganz entscheidend ist, das ist die Frage, kann Snap es schaffen, denn jemals profitabel zu werden? Das einzige Déjà-vu, das wir da haben, auch Facebook, war nach dem Börsengang, nachdem sie ihre ersten Zahlen vorgelegt haben, bis zu 50 Prozent unter dem IPO-Preis. Davon ist der Snap noch heute weit entfernt. Und Facebook hat natürlich geliefert, sie haben geliefert mit Werbung aus mobilen Daten. Und hier nur ein Vergleich pro User, den man hat, erzielt Facebook circa 17 Dollar. Bei Snap waren es mal gerade 90 Cent. Und diese 90 Prozent bedeutet bereits ein Rückgang über den letzten Quartal von 1,05 Dollar. Das ist ziemlich erschreckend, dass man hier bereits solche Preiszugeständnisse machen muss. Schauen wir uns den Sektor abschließend vielleicht noch insgesamt an. Kann man im Fall von Facebook mittlerweile konstatieren, dass Facebook mittlerweile too big to fail ist? Das heißt, wann immer ein Emporkömmling kommt, man diesen einfach schluckt? Oder wie im Fall von Snapchat einfach viele Dinge einfach kopiert? Ja, schlucken ist vielleicht etwas schwierig, weil auch für Facebook ist natürlich so eine Bewertung, wie sie Snap hat, wenn man die ganze Firma kaufen wollte, was ja sowieso über Aktien nicht möglich ist, weil es letztendlich Vorzugsaktien sind. Sehr, sehr schwer, aber ganz, ganz klar, man kann versuchen, sie zur Bedeutungslosigkeit zu verdammen. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Man versucht, etwas zu kopieren. Ivan Spiegel sagt natürlich, wir setzen auf unsere eigene kreative Seite. Wir werden das nächste Ding erfinden, das Facebook noch gar nicht auf der Platte hat sozusagen. Aber genau das ist der Punkt, dieses nächste Ding, das vor allem die jugendlichen User wollen, das gilt es zu erfinden. Und bisher hat man hierzu noch nichts gehört. Und insofern, Facebook verdient prächtig Geld und der Abstand zwischen Facebook und einer Snap, der wird sich von Quartal zu Quartal ausweiten, wenn sich hier nichts Spektakuläres tut. Schauen wir jetzt im Abschluss noch auf den Gesamtmarkt. Hier hat sich zuletzt immer wieder vergleichsweise Spektakuläres getan. Ja, der Gesamtmarkt, man muss ganz klar sagen, der Führer im Gesamtmarkt ist der Index, in dem genau diese Aktien wie eine Google, wie eine Amazon, wie eine Facebook vorhanden sind. Es ist der Nestec, wir sind über 6.000 Punkte, die magische runde Marke, sie ist gefallen. Und momentan mit 6.150 Punkten sind wir klar darüber, der Nestec ist momentan weiterhin der Outperformer. Das hat natürlich seine Gründe, denn die Unternehmen im Nestec, sie haben sehr, sehr gute Quartalszahlen vorgelegt. Sie haben einen optimistischen Ausblick gegeben. Und man kann sagen, das ist das Typische in seiner Rallye-Phase oder in seiner Aufwärtsphase, wie wir sie denn gerade haben. Und die Anleger, sie gehen sozusagen risk on, sie kaufen genau diese Aktien. Und das Interessante wird sein, erscheint schon ausgemacht, Google oder Amazon, wer wird als erstes diese runde Tausendmarke knacken, diese runde Tausendermarke im Kurs, wer wird sie zuerst knacken und dann gehen die Spekulationen los, dann wird es einen Stocksplit geben. Und nach einem Stocksplit, so hört man an der Wall Street, könnten genau diese beiden Aktien, Google und Amazon, im New Yorker, im Dow Jones letztendlich landen. Das wäre dann sozusagen die Krönung, die Apple bereits hinter sich hat. Wir lassen uns also überraschen, was in den kommenden Monaten auf uns zukommen wird. Das war der Blick auf die Auslandsmärkte mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.